Real Talk, weil ich glaube, viele da draußen, viele Makler haben gar keinen Prozess. Was wäre denn, was ist denn da so eine Vorbereitung? Was haben denn Verkäufer und Käufer gemacht? Da habe ich sogar per E-Mail schriftlich bekommen, dass sie noch nie so eine gute Leistung von einem Makler erlebt haben. Heute in unserer Podcast-Folge habe ich eine Mama, ich habe eine DJ, ich habe eine Sängerin und eine Immobilienmaklerin. Also kurzum eine echte Superwoman. Und vielleicht stellst du dich mal kurz vor, wer bist du und wie bist du zum Makeln gekommen? Oh wow. Ja, erstmal Dankeschön, dass ich heute hier sein darf und mit dir dieses Gespräch führen darf. Ich bin, wie du schon gesagt hast, in erster Linie Mama von einer wunderbaren Tochter. und ich bin DJ, Musikerin, Sängerin, Songwriterin und vor zwei Jahren, als ich erstmal nicht mehr singen oder auflegen durfte, habe ich gedacht, gut, jetzt habe ich Zeit, mich mit dem Thema Immobilien auseinanderzusetzen. Und es hat mich schon irgendwie auch immer gereizt und interessiert. Ich wusste, dass ich irgendwann Maklerin sein werde, aber wann, wenn man so im Geschäft drin ist und am Vollpowern, dann findet man nicht die Zeit dafür. Und dann hatte ich die Zeit und die habe ich gut genutzt, würde ich sagen. Was waren denn so deine größten Herausforderungen als Maklerin? Naja, erstmal überhaupt das Wissen. Wo kriegst du das Wissen her? Das wirklich, also praktisches Wissen. Das, was man jetzt bei der IHK bekommt, bei der Schulung, ist halt sehr theoretisch und du weißt zwar viel mehr, aber kannst damit nichts anfangen in der Praxis. Also dieses praktische Wissen hat mir komplett gefehlt und wie ich an die Objekte komme. So die ersten Objekte. Okay. Und was war denn so, ich sag mal, es war ja die Corona-Phase, wo du da richtig so drin gesteckt hast. Wie bist du denn, hast du da schon gestartet? Hast du da schon irgendwas machen können in der Richtung? Und wie war das? Ich habe mir wirklich auch nach, also ich habe nach vielen Möglichkeiten gesucht. Erstmal so preisgünstigeren Möglichkeiten, was man machen kann. Habe Briefe geschrieben, die ich dann beim, also mit dem Hund spazieren gehen, dann in die Briefkästen reingeworfen habe, wo ich gesehen habe, okay, das Haus steht leer. Irgendwie sieht nach, ja, verlassen aus. Ich versuche es mal. Also das gemacht, dann praktisch mein Netzwerk aktiviert und verschiedene Möglichkeiten eigentlich gesucht, die aber natürlich preisgünstig sind beziehungsweise komplett kostenlos sind. Weil ich hatte auch wirklich null Geld, um investieren zu können. Also erst mal reinzukommen sozusagen. Und dann hat es dann irgendwie geklappt, irgendwie bist du so langsam reingekommen in das ganze, ganze Ding. Und wir beide, wir haben ja ein Objekt zusammen gemacht. Und da würde ich gerne mal mit dir drüber reden, über dieses eine Objekt. Oder so auch vorher, nachher. Also wie war Verkauf bei dir vorher? Vielleicht auch so, was hast du beobachtet auch bei anderen Maklern? Was hast du wahrgenommen? Was haben Verkäufer erzählt? Wie Makler arbeiten und vor allen Dingen wie Verkauf so, also Einkauf und Verkauf, also Immobilienbewertung und so weiter. Wie hast du das in der Zeit wahrgenommen? Ist dir das schwer gefallen? War das leicht? War das einfach, eben wirklich bei einem Verkäufer zu sitzen, einen Auftrag zu bekommen und vor allen Dingen auch die Immobilie so einzuwerten, dass sie am Ende und nachher auch wirklich gut zu verkaufen ist? Wie war das für dich? Es ist nicht schwer, einen Auftrag zu bekommen, wenn man den Wunschpreis des Käufers, des Verkäufers einfach annimmt und akzeptiert. Dann ist der Vertrag schnell unterschrieben. Es ist aber nicht einfach, den Auftrag zu bekommen, wenn man wirklich die Bewertung nach deinen Vorgaben macht. Und die entspricht dann natürlich nicht dem Wunschpreis des Verkäufers. Und dann muss man dem Verkäufer von der Realität oder dem so viel Realität geben, dass er sagt, okay, sie haben recht. Das ist halt nicht einfach. Und ich bin viel in Vergangenheit Abkürzungen gegangen, leichtere Wege gesucht, so Pi mal Daumen geschätzt und gearbeitet. Ich habe immer gedacht, ja gut, ich habe doch nicht so viel Zeit und hast du nicht gesehen. Und jetzt in unserem gemeinsamen Verkauf, da habe ich gemerkt, da kommt es halt auch wirklich nicht auf die Zeit an. Also die Vorbereitung, die hat jetzt nicht viel mehr Zeit genommen, aber dafür, der Verkauf war dann so easy und so schnell und es hat so viel Spaß gemacht und die so viel positive Rückmeldung von allen Besichtigern bekommen, bis auf einen. Gut, der war nicht leicht, gut zu stimmen, aber von allen anderen so viel positives Feedback, wo ich denke, wow, also das hat richtig Spaß gemacht. Okay, lass uns nochmal zurückgehen in diese Phase, wo du, du hast gerade so schön gesagt, so ein bisschen gedribbelt hast. Ich meine, du bist ja nicht da alleine. Also letztendlich, wie würdest du das denn so im Markt einschätzen? Wie machen das denn andere Makler? Also was ist deine Beobachtung? Ich meine, du kennst ja nur auch einige Makler, du hast ja auch so ein bisschen, guckst dir ja auch den Markt an und so weiter. Was ist denn da deine Beobachtung? Bist du jetzt alleine derjenige, der gedribbelt hat oder machen das andere auch? Die anderen machen das auch, sogar in einem, ja, also ich würde mal sagen, noch schlimmer. Also da geht es einfach darum, den Vertrag unterschrieben zu bekommen. Ob es verkauft wird oder nicht, ja, so praktisch, ja, auf gut Glück. Und die letzte Erfahrung, wo die Verkäuferin sich vor zwei Jahren für einen anderen Makler entschieden hat und jetzt nach zwei Jahren hat sie mich angerufen, hat sich entschuldigt, hat gesagt, Maria, ich bereue es sehr, dass ich mich damals, dass ich mich damals gegen dich entschieden habe, weil der andere Makler größer, professioneller war und ich war noch ziemlich am Anfang und halt ziemlich menschlich. Ich habe ihr einfach zugehört, ich habe gehört, dass sie noch viel Schmerz hat und ich habe gesagt, komm, schlaf mal drüber, wir quatschen morgen. Und dann kam der andere und hat sich da eingetütet und, ja, das ist so meine Erfahrung mit den anderen Maklern. Ich meine, so viele Erfahrungen habe ich jetzt nicht mit den anderen. Ich weiß nicht, wie die anderen das machen, aber mit Sicherheit ohne viel, also ausführlich zu bewerten ein Objekt und mehr so, ja, was möchten sie denn für das Haus haben? Gut, das kriegen wir hin. Ja, aber es ist ja schon spannend, man könnte ja jetzt so die Schlussfolgerung ziehen, so der Makler, der es gut meint mit den Kunden, kriegt irgendwie nicht den Auftrag und der, der einfach nur das Ziel, den Auftrag zu haben, der kriegt den Auftrag, weil letztendlich, glaube ich, ist ja vollkommen klar, diese Professionalität, die der andere Makler scheinbar hatte, hat sie ja an irgendwelchen, sagen wir mal, offensichtlichen Dingen festgemacht. Sie weiß ja gar nicht, was wirklich professionell ist oder was kompetent ist. Ist das ein großes Ladenlokal? Ist das eine, was weiß ich, wie lange jemand Makler ist? Das bedeutet am Ende des Tages nichts. Das ist natürlich das Trommelsche, wie man ja so schön sagt in Köln. Also das ist die Trommel, die man schlägt, um irgendwie zu zeigen, wie cool man ist, wie toll man ist. Gehört auch irgendwo mit dazu, keine Frage. Aber hast du das so wahrgenommen, dass letztendlich dieses Thema, so ich sage die Wahrheit oder ich erkläre den Leuten, wie es wirklich ist, und aber die anderen, die spielen eben nicht so das korrekte, saubere Spiel und ziehen sich den Auftrag. War das so auch ein Thema bei dir, wo du darüber nachgedacht hast? Absolut, ja. Das habe ich genauso wahrgenommen. Der andere Makler war halt so ein starker Verkäufer, der einfach irgendwie den Vertrag auf den Tisch gelegt hat, bitte unterschreiben. Und ich bin mehr Gefühlsmensch, ich rede auch oder lasse die Menschen auch ausreden und höre gerne zu. Und ich habe kurz überlegt, ist das jetzt eine Schwäche, ist das doof? Aber jetzt weiß ich, nein, das ist nicht doof. Die Menschen brauchen das. Ich meine, jetzt kann ich natürlich auch viel besser verkaufen, aber trotzdem habe ich diese menschliche Seite auch beibehalten. Okay, lass uns mal direkt an der Stelle über das Thema Ethik in der Immobilienbranche sprechen. Ethik in der Immobilienbranche. Lass uns da mal drüber sprechen, wie wichtig das ist. Weil du sagst gerade, den Menschen zuzuhören. Ja, das ist super wichtig, zuzuhören. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch dieses Quäntchen, ich sage mal diesen letzten, ich nenne den mal Punch, oder diesen letzten so, pass auf, jetzt packe ich dich, aber jetzt machen wir das auch. Also die Kombination macht es, glaube ich. Muss da sein, genau. Aber lass uns mal über Ethik sprechen. Ich meine, das ist ja ein riesengroßes Thema. Werte, Moral, da sitzt so eine Verkäuferin, die hat keinen Plan oder Verkäufer ist ja völlig wurscht, hat keinen Plan, keine Ahnung, weiß eigentlich überhaupt gar nicht, was Sache ist. Wie wichtig ist das? Ethik und Moral. Für mich war das auch ein Riesen-Learning, weil ich komme aus der Branche, wo alles super ist, alle haben Spaß, alle sind glücklich und da gibt es kaum negative Gefühle oder irgendwas. Und in der Immobilienbranche musste ich erst mal lernen, Menschen lügen, Menschen betrügen, Menschen verheimlichen und damit musste ich erst mal umgehen lernen. Aber ist das denn in der Musikbranche anders? Da wird es nur nicht gezeigt. Also ich meine, ich kenne ja die Musikbranche auch ein bisschen. Da wird zwar viel gelacht, aber was ist denn die Wahrheit? Ist das die Wahrheit? Also das erscheint nur anders, also aus meiner Sicht. Also da sind wir alle happy, haben wir Spaß, aber hintenrum ist ja auch nicht alles happy, oder? Ja, ich weiß, was du meinst, aber da, wo ich unterwegs bin, ich weiß, die Leute lieben mich, ich bin die Beste und das war's. Ja, ja, okay. Der Rest interessiert mich nicht. Aber ich meine so, wenn ich arbeite, ich weiß, die Leute buchen mich, weil ich gut bin, die verheimlichen mir nichts oder reden irgendwie schlecht über mich oder irgendwas, das meine ich so. Und in der Immobilienbranche ist es, ob jetzt Käufer, Verkäufer, da redest du mit dem Verkäufer und denkst, okay, fragst ihn noch, wie jetzt mit dem Dachausbau, ist denn der Dachausbau genehmigt? Ja, ja, so habe ich das auch damals gekauft. Und dann stellt sich raus, es ist nicht genehmigt. Und es ist nicht immer die böse Absicht, aber da musste ich erst mal lernen, alles zu hinterfragen, alles zu prüfen, alles wirklich eigene Informationen einholen und nicht einfach auf ein Wort vertrauen. Was passiert denn, wenn man da nicht drauf achtet? Du hast es ja auch erlebt. Was ist denn, wenn man nicht eben genau diesen Finger in die Wunde legt und nachhakt? Weil du hast gerade gesagt, Kunden lügen. Ob bewusst oder unbewusst, ist ja vollkommen wurscht. Ob es mal ein Flunkern ist oder ich habe es vielleicht gar nicht wahrgenommen oder ich denke, dass es richtig ist, ist ja eigentlich egal. Es spielt ja gar keine Rolle. Ich unterstelle auch nicht immer irgendwie eine böse Absicht am Ende des Tages. Aber trotzdem ist ja das Verhalten da. Aber was sind das für Konsequenzen für den Makler? In erster Linie sind das Stops. Prozess läuft einfach nicht weiter. Eventuell Verlust finanziell. Finanziell, jetzt habe ich da in das Objekt bereits investiert. Zeit, Geld. Und jetzt ist da ein Stopp und jetzt muss ich erst mal ein paar Monate warten. Ob es überhaupt nachgenehmigt werden kann oder nicht, weiß man noch nicht. Und genau, jetzt schwebt das Ganze in der Luft. Und dann noch mehr Zeit, noch mehr Geld. Da muss noch ein Besichtigungstag hinterher geschoben werden. Energieverlust. Okay, die Lösung ist ja am Ende des Tages einfach wirklich ganz klar seine Werte drin zu halten. Und zu sagen, pass auf, wir machen hier alles offen, alles sauber, alles wird gecheckt, alles wird geprüft und alles wird super sauber durchgezogen. Dass wir wissen, dass es viele andere nicht so machen, das ist state of the art, das ist so. Auch auf der Verkäufer, ob auf der Käuferseite oder ob auf der Maklerseite ist eigentlich völlig wurscht. Spielt eigentlich keine Rolle. Lass uns mal über dieses eine Objekt sprechen. Was es auch immer war. Wir werden es jetzt gleich mal rausfinden, was es wirklich war. Erzähl doch mal, wie deine Wahrnehmung war. Also wie jetzt vorher, so wie du bis zu diesem Punkt gearbeitet hast und was ist da konkret passiert? Boah, da könnte ich eigentlich zu jedem Schritt was sagen. Ja, mach. Ja, ja, das ist das Ziel, genau. Einfach mal, weil wirklich mal Real Talk, weil ich glaube, viele da draußen, viele Makler haben gar keinen Prozess. Sie arbeiten ja einfach irgendwie so, wie sie glauben, dass es richtig ist. Jetzt machen wir uns mal nichts vor. Weil sonst wäre der Ruf der Makler nicht so, wie er ist, wenn 80 Prozent anders arbeiten würden. Das ist so. Da brauchen wir uns nicht lange drüber überlegen. Wenn die Makler alle nach dem wirklich exzellent arbeiten würden, dann könnte es keine andere Meinung in der Bevölkerung geben, als Immobilienmakler sind cool und super gut. Und das ist nicht so. Und deshalb wollen wir damit mal ein bisschen aufräumen. Was ist denn da passiert? Was muss auch passieren? Damit am Ende des Tages, sagen wir mal, das Produkt, was rauskommt, alle Beteiligten sind happy mit dem Preis, ob Käufer oder Verkäufer und so weiter. Erzähl mal. Kannst ruhig jeden einzelnen Schritt durchgehen. Fangen wir mal vor EK1 an. Ich hätte mir früher nicht die Mühe gemacht, mir da schon so viel Information einzuholen, schon praktisch eine grobe Bewertung zu machen, um mit einer Zirka-Zahl erstmal ins Gespräch zu gehen und gucken, was ist die Vorstellung von dem Verkäufer, was ist da die Differenz und wie kann ich den Verkäufer schon mal im ersten Gespräch schon mal so ein bisschen drauf vorbereiten, auf das EK2. Aber was wäre denn, was ist denn da so eine Vorbereitung? Was muss man denn oder was haben wir da gemacht? Naja, wir hatten ja schon so die Daten, die Größe der Wohnung, so ein bisschen über den Zustand, ein paar Infos, die Lage und also die wichtigsten Daten, die hatten wir. So, und dann haben wir praktisch schon so eine Bewertung mit Sachwert, Ertragswert, Vergleichswert. Wir haben uns die Lage genau angeschaut, was ist denn eigentlich hier in der Umgebung los? Dann war da dieses Neubauprojekt mit einigen Anzeigen auf dem Immobilienportal, was natürlich den Durchschnitt krass nach oben gezogen hat. Und dann die anderen Objekte, die gerade online waren, haben wir dann so bewertet. Ist der Preis gerecht? Ist er nicht gerecht? Seit wann sind die Objekte online? Was ist da eigentlich so der Stand? Das haben wir aber nicht alles vorher gemacht. Doch, das haben wir schon vorher gemacht. Also wir waren auf jeden Fall sehr gut vorbereitet. Wir waren super gut vorbereitet, genau. Und dann hast du ja das EK1 geführt. Und da ist mir schon aufgefallen, so ich denke, boah, also du hast ja echt viel Zeit genommen, viel zugehört, auch wenn, weiß nicht, der Kunde dich unterbrochen hat, hast du den auch erst ausreden lassen, hast dann weitererzählt. So wirklich mit viel Geduld, viel Feingefühl und auch viel Infos eingeholt, die für uns dann nützlich waren. Also praktisch die Vorstellung des Verkäufers, die dann komplett utopisch war. Woher kommt die Vorstellung? Wie kommen sie auf den Preis? Und da hatten wir schon die Antworten, so die Nachbarn. Und im Internet sind ja die Preise so und so. Genau, das ist mir so im ersten, im EK1 aufgefallen, dass du dir halt unheimlich viel Zeit genommen hast. In der Vorbereitung halt wirklich viel Zeit. Und dann bei dem Verkauf haben wir jetzt im Vergleich zu anderen Objekten wahrscheinlich, keine Ahnung, von 5% der Zeit gebraucht, die ich sonst brauche für den Verkauf. Okay, normalerweise ist es ja umgekehrt, dass man halt dazwischen, zwischen EK1 und 2 war das jetzt eine Straße und ein Objekt, was zufällig, ich sage mal, in der Nähe war und mir natürlich sehr real war vom Standort her. Würde man jetzt vielleicht normalerweise im vorherigen Aufwand nicht so, so intensiv machen, sondern eher dann wirklich in der Bewertung. Aber wir haben wirklich sehr, sehr detailliert bewertet mit allem, was dazugehört. Wie war denn da jetzt dann im nächsten Gespräch, also wenn man so will, in dem finalen Gespräch auch Thema Auftrag? Man muss jetzt vielleicht dazu sagen, wir hatten ja so die Situation, dass am Ende der Verkäufer von den realen Vorstellungen doch sehr weit entfernt war. Das ist ja dann im EK2 auch sozusagen angesprochen und auch erklärt worden. Was war denn da so aus deiner Sicht der springende Punkt oder der Matchball, wenn man es mal so sagen kann, in dem zweiten Gespräch? Also in dem, da wo dann der Auftrag gemacht werden sollte. Also das Gespräch hat ja auch etwas gedauert. Ich glaube, Stunde oder so warst du am Erklären, alle Fakten auf den Tisch gelegt und wirklich schön präsentiert, die Bewertung. Und da war auch so mein Gedanke, boah, so umfangreich. Braucht das der Kunde wirklich, das alles zu wissen? Interessiert es den Verkäufer? So die Fragen habe ich mir gestellt und wo du dann am Ende den Vertrag vorgelegt hast und der Kunde hat praktisch direkt unterschrieben, ohne überhaupt irgendwas zu sagen. Da habe ich gedacht, ja, der hat es gebraucht, das war wirklich nötig. Und ich denke, das war einfach der Kunde, ich stelle mir das so vor, der saß da mit so Luftballons im Kopf, wo dann hier ist ein Argument, da ist ein Argument und du hast dir einfach so eins nach dem anderen so mit der Nadel einfach geplatzt. Und der hat einfach auch keine Argumente mehr, seine Preisvorstellung irgendwie verteidigen zu können. Und hat dann so viel Realität bekommen, dass er dann auch einfach nur Ja sagen konnte. Also wir reden jetzt hier einfach auch von 400 oder 450, glaube ich war es, 450 zu tatsächlich Unterschrift auf 200. 2000. 200, 2000 war die Unterschrift von 4, 450, die er so im Kopf hatte, was aber natürlich nicht real war in keinster Weise. Okay, cool. So, und haken wir mal ab. Also es ist ja immer interessant, der Einkauf, der Einkauf ist natürlich die Pflicht, gar keine Frage. Der Einkauf kriegt natürlich auch nicht den Applaus am Ende des Tages, weil der kauft ja ein und macht den Auftrag. Aber jetzt geht es natürlich in das Showprogramm des Verkaufs. Und ja, wie war denn das? Ja, da ich wusste, dass das alles unter deiner Kontrolle ist, musste ich ja auch wirklich Schritt für Schritt alles abarbeiten. Da weißt du auch, ne, und muss ich ehrlich sagen, habe ich in der Vergangenheit wirklich auch viele Abkürzungen gemacht. Und EK1 und EK2 gab es gar nicht. So viel Zeit hatte ich nicht. Es gab immer nur Eingespräche, dann Ja oder Nein. Ja, dann ging es los. Und also ich fand es eigentlich so nach dem EK2 sehr entspannt, den Ablauf. Und weil da gibt es ja diese Diagramm von dir, Schritt für Schritt. Und ich dachte so, jetzt mache ich das einmal so richtig, wie du das im Coaching auch erklärst. Und nach dieser Vorgabe und einfach Schritt für Schritt. Und ich wusste, dass du das halt auch kontrollieren wirst. Deswegen wollte ich den Ärger vermeiden. Daher habe ich einfach Schritt für Schritt abgearbeitet. Alle Unterlagen, auch alle, also Foto, Video, Veröffentlichung, wann das veröffentlicht wird, auch alles dokumentiert, wie viele Anfragen. Ja, aber lass uns da mal kurz drüber sprechen. Also ich sage mal, was haben wir denn da genau gemacht? Ich meine, es war ein bisschen Zeit dazwischen, muss man dazu sagen, weil die Unterlagen und so weiter, das Objekt war nicht leer geräumt, musste noch entrümpelt werden und so weiter. Also da war ein bisschen Zwischenzeit, aber auch da geduldig wirklich dafür gesorgt, das durchzuziehen und eben nicht irgendwie jetzt verfrüht zu schnell starten. Also ich würde mal sagen, auch wieder hier viele Makler gesagt haben, ach komm, wir fangen schon mal an, wir starten schon mal. Wir haben es nicht gemacht oder du hast es nicht gemacht, sondern wirklich gewartet, Geduld gehabt, bis alle Voraussetzungen stimmig waren, bis alle Unterlagen da waren, so dass man wirklich starten kann. So und jetzt war dann der Launch Time sozusagen. Was haben wir denn da gemacht? Was haben wir denn da gemacht? Wir haben ja so ein paar Sachen festgehalten. Wie viel Anzahl der Anfragen? Ah ja, okay. Anzahl der Anfragen? Also noch eine Sache, wir haben auch tatsächlich sogar soweit überlegt, wo alles fertig war und alles bereit war, wir hätten sofort starten können, dann haben die Herbstferien angefangen. Und da haben wir wirklich uns Gedanken gemacht, okay, wie verhalten sich die potenziellen Käufer so in der Zeit? Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Wann kommen ungefähr alle aus dem Urlaub? Dann ist der Briefkasten voll und hin und her wegen den Flyern. Und da haben wir uns echt viele Gedanken gemacht und nicht einfach so, fertig, ciao, Kakao. Und ja, und dann haben wir uns hingesetzt und erst mal uns die Käufer postuliert. Wer wird das sein? Welche Art von Käufer? Wie viele, beziehungsweise angefangen, wie viele Anfragen werden wir bekommen? An dem einen Abend. An dem, genau. An einem Abend, ne? Ich glaube, äh… 17 an dem ersten Abend. Ja. Erste drei, vier Stunden oder so, glaube ich, war es, ne? Genau, und insgesamt haben wir aber gesagt 50. Genau. Genau, insgesamt 50. Und dann haben wir auch den Verkaufspreis festgelegt. Mein Preis war etwas über deinem Preis. Genau, ich glaube, du hast gesagt 240. Ich habe gesagt, ich möchte 250 haben. Und genau, und dann haben wir uns überlegt, wer wird genau der Käufer sein? Zu wem passt so eine Wohnung? Von der Lage, von der Größe, von der Nachbarschaft, ne? Und da haben wir genau die Vorstellung gehabt, wer das sein wird. Ja, und dann waren das am Tag der Veröffentlichung, waren das knapp über 17 Anfragen, glaube ich, so um die 20 oder so. Drüber ist immer gut. Drüber ist immer gut. Genau, da waren wir schon sehr happy damit. Und insgesamt, habe ich gerade noch nachgeschaut, es waren 56 Anfragen. In einer Woche, ne? In einer Woche, genau. Also eine Woche später hat die Besichtigung gestartet, ne? Also war die Besichtigung samstags eine Woche später. Genau. Und da waren, wie viele Leute waren da? Es waren 18 geplante Besichtigungen. Und dann kamen noch zwei Nachbarn. Auch noch. Anschließend, die haben gesehen, da laufen Leute rein und raus und wollten unbedingt die Wohnung haben. Und dann habe ich gesagt, so, wir haben jetzt bis 15 Uhr die Besichtigung. Sie können gerne um 15 Uhr kommen und dann nehme ich mehr für sie Zeit. Und genau, also haben wir dann insgesamt 20 Besichtigungen gemacht. Zu zweit im 15-Minuten-Takt, sodass praktisch pro Interessenten eine halbe Stunde da war. Und wie viele Kaufangebote, also man muss dann ja nicht den Leuten mehr hinterher rennen, ne? Die Leute kommen dann ja von alleine auch. Wie viele Kaufangebote hast du dann bekommen? Es war von jedem, der da war, gab es ein Angebot. Von jedem? Von jedem. Die meisten haben natürlich dann den Mindestpreis geboten. Ich muss noch sagen, bei den Besichtigungen habe ich die Interessenten schon darauf vorbereitet, dass der Preis wird nach oben gehen. Sie sehen, wie die Marktlage ist, Sie sehen, wie die Nachfrage ist. Wir haben heute 20 Besichtigungen, der Preis wird nach oben gehen, sodass die schon darauf vorbereitet waren und jetzt nicht überrascht waren oder verärgert oder wie auch immer. Und ich habe jedem gesagt, bitte macht euch Gedanken, setzt euch Limits, so bis dahin gehe ich. Vielleicht noch ein bisschen drüber, aber dann mache ich auch Schluss. Genau, bis zum Limit und dann nochmal 50 drauf. Genau. Ja, und das war eine krasse Herausforderung auch für mich. Das war so zum ersten Mal so eine Verhandlung mit so vielen Interessenten, das auch alles schriftlich dokumentieren und dann hin und her telefonieren. Das war eine tolle Erfahrung. Also da habe ich echt viel gelernt, auch Leute trotzdem, dass die gut gelaunt bleiben, dass die jetzt nicht verärgert sind, auch sich Zeit nehmen, auch erklären, warum das so gemacht wird. Und dann, ja, am Ende sind wir auf 265.000 gekommen und am gleichen Abend die Reservierung unterschrieben. Und auch genau zu diesem Preis beurkundet. Und genau zu diesem Preis beurkundet. Wenn du es jetzt mal in einer Skala von 1 bis 10 oder Ranking von 1 bis 10, wo würdest du das einordnen, dieser Verkauf? Boah, wahrscheinlich weit über 10. Also es war wirklich von Anfang an bis zur Übergabe komplett wirklich top gelaufen. Alles, also so professionell habe ich, glaube ich, zum ersten Mal so strukturiert. Und es war auch für mich irgendwo beruhigend, so zu wissen, da kann nichts schieflaufen. Es ist alles so krass gut vorbereitet und alle sind so zufrieden und happy. Sogar die Leute, die dann irgendwann gesagt haben, okay, das ist unser Limit, wir gehen nicht weiter, aber vielen Dank, sie haben das sehr toll gemacht. Und das war für mich so, wow, also wirklich toll. Wie ist das Feeling, wenn man weiß, dass nichts schiefgehen kann? Es gibt viel Sicherheit, Handlungssicherheit. Es ist ein tolles Gefühl, man ist automatisch einfach etwas größer und man hat eine ganz andere Ausstrahlung, glaube ich. Man gibt auch ein ganz anderes Gefühl den Interessenten. Wie würdest du denn heute ein System, besteht ja aus Strukturprozessen, aber wie würdest du denn heute ein System bewerten im Vergleich zu vorher, wo du es nicht angewendet hast? Ich denke, wichtig ist für mich so die Erkenntnis, einfach vertrauen und einfach machen, ausprobieren, korrigieren, nochmal ausprobieren und dann erst entscheiden, ob das gut ist oder nicht. Weil ich habe, bevor ich überhaupt ein System angewendet habe, habe ich mir schon was zusammengereimt, ach, das dauert zu lange oder ach, die Präsentation, die brauche ich gar nicht, das dauert zu lange, wer guckt denn da überhaupt hin? Also praktisch ohne das angewendet zu haben, ohne das getestet zu haben, direkt für mich irgendwie das, ja, abgehakt, das brauche ich nicht. Also bewertet im Endeffekt, vorher irgendwas sich ausgedacht, warum und weshalb das alles nicht wichtig ist. Genau, ja, ne, für mich war das Thema Zeitfaktor, da hatte ich halt so einfach so Pin drauf, dass ich habe doch nicht so viel Zeit, ne, und dann habe ich halt versucht, alles irgendwie zu komprimieren und das war halt nicht gut. Aber wobei spart man denn mehr Zeit? Ja, wenn der, die Vorbereitung gut ist und das heißt nicht viel mehr Zeit, ne, vielleicht zwei, drei Stunden mehr Zeit insgesamt und dann hast du aber im Verkauf, weiß ich nicht, 90 Prozent der Zeit gespart. Gespart, genau. Und dabei noch super Spaß gehabt, gute Bewertungen bekommen und insgesamt halt tollen Verkauf gehabt. Ja, die Leute, die Leute wissen das wertzuschätzen, ne, weil die sehen ja, wie jemand drauf ist und wie jemand arbeitet, ja, und dass das halt alles eben Sinn und Verstand hat am Ende des Tages, ja. Und wenn man wirklich mal ganz, ganz genau hinschaut und ganz, ganz ehrlich ist, ist doch diese ganze, ich sage mal, Arbeitsweise, intuitive Arbeitsweise und ich will abkürzen, ja, das ist ja mal vom Grunde genommen erstmal auch irgendwie verständlich vielleicht sogar, ja. Aber was bringt das bitte im Einkauf, schnell, schnell zu machen, weil am Ende, weil da, wo es ja wirklich Aufwand ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind, der Verkauf ist der aufwendigste Bereich. Ja. Der Verkauf von einer Immobilie ist der aufwendigste Teil für den Makler. Die Frage ist nur, ob ich etwas vier, fünf, sechs Monate begleiten muss und immer wieder hin, her, hin, her fahren muss oder ob ich es in einer Woche durchgezogen habe und ein Haken dahinter ist. In einer Woche, ja, Mama plus Notar und Finanzierung noch ein bisschen, Arbeit und Aufwand, klar. Aber im Endeffekt die eigentlich wichtige Aufgabe in einer Woche sauber erledigt. Da kannst du ja nur eine Antwort für geben, oder? Nur noch so. Ja, absolut. Alles andere macht einfach keinen Sinn, oder? Macht keinen Sinn. Richtig. Okay. Sehr cool. Ich danke dir sehr, dass du da warst, dass du berichtet hast, wie das so mit mir war. War es denn ein bisschen anstrengend oder war es eigentlich gar nicht anstrengend? War es entspannt? Ich habe mir einfach von vornherein vorgenommen, du weißt ja, es lief einfach auch bei mir nicht gut. Ich habe Objekte angenommen, die ich nicht annehmen sollte. Ich habe den Umkreis einfach so weit gesetzt, dass es zu viel Zeit gekostet hat, die Fahrerei und teilweise Objekte, die ich April aufgenommen habe, jetzt, also heute soll die Reservierung unterschrieben werden und das darf halt nicht sein. Dann war der Einkauf komplett falsch. Viele Objekte komplett über den Preis eingewertet und die ich dann jetzt auch dann nach dem Verkauf dann peu a peu abgegeben habe und ja und da habe ich mir halt gesagt, ich mache das jetzt. Ich mache alles, wie du das vorgibst und lass mich gerne auch leiden und wenn es sein muss, kritisieren oder nur korrigieren. Und das war für mich halt wichtig, weil ich habe auch selber gesehen, es läuft einfach nicht so, wie es laufen soll. Es muss was passieren, es muss sich was ändern und das war für mich Learning überhaupt. Ja, aber es ist ja sehr cool, weil ich sage mal, wenn ich mal überlege, wie es bei mir war in der Vergangenheit. Ich habe glücklicherweise damals vor vielen, vielen Monaten eben direkt Leute an meiner Seite gehabt, die es mir gezeigt haben und ich hatte gar keine Wahl, es anders zu machen, weil ich mehr oder weniger gezwungen wurde, es so zu tun. Ja, jetzt nicht mit Schläge, aber ich musste es halt machen. Aber that's it und ich danke dir wirklich sehr, dass du auch so offen und ehrlich warst, weil das sind ja auch nicht so viele an der Stelle, dass du halt eben auch diese Fehler gemacht hast. Und ich würde mir wünschen wirklich, gerade dass wir jetzt in der Weihnachtszeit sind, ich würde mir wirklich wünschen, dass der ein oder andere Makler da draußen sich diesen Podcast anguckt und wirklich mal ernsthaft darüber nachdenkt. Mensch, was mache ich denn da draußen eigentlich? Weil es ist tatsächlich meiner Einschätzung nach, es ist viel, viel einfacher, als man denkt. Aber eben zu glauben, dass man selber weiß, wie es richtig ist, reicht eben nicht aus, um wirklich einen guten Job abzuliefern. Und ich glaube, das kannst du unterschreiben, am Ende des Tages ist das auch Kompetenz, so zu arbeiten und beim Kunden zu liefern. Vielleicht als allerletztes, was haben denn Verkäufer und Käufer gesagt? Weil da habe ich ja nichts mehr von mitgekriegt. Ja, also zu denen habe ich auch super Kontakt und wirklich auch überhaupt so, auch von den anderen so Aussagen von einem Pärchen war da, die haben sehr viele Immobilien, die haben auch gesagt, wir haben sehr viel hier und da und bla bla bla. Und dann habe ich sogar per E-Mail schriftlich bekommen, dass sie noch nie so eine gute Leistung von einem Makler erlebt haben. Da waren die schon so begeistert, dass die direkt am gleichen Tag einen Link bekommen haben, wo alles gut sortiert, beschriftet, drin ist, so alle Unterlagen, damit die direkt schon mit der Finanzierung, mit dem Finanzierungscheck starten könnten. Das war so, wow, okay, oh wow. Und also das hat mich selber so total bestätigt und gepusht. Und der Verkäufer ist super happy und wir schreiben auch zwischendurch, ja, der hat, glaube ich, gar nicht erwartet, dass der Preis dann auch so weit über dem Startpreis geht. Und da gab es auch eine schöne Flasche Wein als Geschenk von der Mosel und ja, ich überlege gerade, was er so alles gesagt hat. Also insgesamt, die haben wirklich einen sehr glücklichen Eindruck gemacht und sich mehrmals bedankt, auch ein Dank an dich. Also und, ja, die haben es einfach nicht erwartet. Die haben es nicht erwartet und ich, was der Verkäufer aber auch super gemacht hat, der hat immer, jedes Mal, wenn jemand ihn angesprochen hat, ne, weil das war ja ein Mehrfamilienhaus und viele Bewohner haben versucht, dann ihn direkt zu kontaktieren. Der hat mich jedes Mal angerufen und Frau Gerber, der und der hat angerufen. Ich habe ihm seine, ihre Nummer gegeben, dass er sich bei ihnen meldet. Von mir kriegt er keine Informationen und so weiter und so fort. Der war auch wirklich sehr, also wir waren ein Team. Das haben wir ja auch alles gut abgeklärt vorher, ne, dass diese Dinge auch, der ganze Frame auch richtig gesetzt ist. Und das ist halt das Thema, also in dem Moment, wo einem Verkäufer klar ist, dass er Kompetenz an seiner Seite hat, dass nichts dem Zufall überlassen wird, dass absolute Professionalität herrscht, dann wissen die Verkäufer auch, dass sie sich verlassen können auf die andere Person und das ist ja das Resultat, ne, Betreuung, wirklich Kommunikation, ne, wenn irgendeine Frage da war, sofort und schnelle Antwort, ne, also all das ist da. Aber ich würde hier gerne Punkt setzen an der Stelle, weil ich möchte wirklich, und das ist mir ein ganz, ganz, ganz tiefes Herzensbedürfnis, dass da draußen echt jetzt mal die Leute, die Weihnachtszeit nutzen, mal darüber nachdenken, wie habe ich eigentlich in der Vergangenheit gearbeitet, wie arbeite ich aktuell, ja, und ich finde, du bist ein super cooles Beispiel genau dafür, ähm, auch diesen Change zu machen, ja, diese, diese Veränderung auch zu sehen, ähm, zu reflektieren und zu sagen, okay, jetzt hast du vielleicht den Vorteil gehabt, dass ich jetzt da, ähm, dass wir diesen, diesen, sagen wir mal, diesen Zustand hatten und sagen, okay, wir, wir machen diesen, diesen, diesen einen Deal, ähm, das, äh, glaube ich, war ganz positiv an der Stelle, äh, um sozusagen wirklich dieses vorher, nachher mal von A bis Z zu sehen, aber unsere Kunden können es ja live, also fast live, sage ich mal, äh, synchron, äh, in unseren Materialien beziehungsweise unserem Coaching-Programm exakt genauso, wie wir es machen, ja, lernen, das ist ja überhaupt nicht das Problem und wer es will, es ist nur eine Entscheidung, es ist, wie immer, alles im Leben nur eine Entscheidung, einfach durchziehen und sagen, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß, so wie ich es gemacht habe, jetzt mache ich es richtig, oder? Ja, Entscheidung treffen, schnell treffen und, äh, durchziehen. Ich danke dir sehr, wünsche dir alles Gute, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neujahr. Das wünsche ich dir auch. Das wünsche ich dir auch.